Es ist förderlich dafür, dass die meisten Menschen oder viele Menschen auch in der westlich zivilisierten Welt einen Parasitenbefall haben. Ich sage, und damit bin ich nicht alleine, dass heutzutage jeder Parasiten hat, die auch häufig, wenn gesundheitliche Themen vorliegen, können die auch häufig eine Ursache sein dafür, dass es einem nicht so gut geht. Und dann gibt es noch die Mikroparasiten, die eben ja im Körper sein können, auch in den Zellen, in den Organen, die auch im Körper wandern können. Es gibt so zwei Ebenen, es gibt Mikro und Makro. Also Mikro sind die sehr klein, die sind nur wenige Mikrometer. Und Makro sind die, die großen, wie zum Beispiel Würmer, die auch meterlang in uns drin werden können, Bandwürmer zum Beispiel. Das klingt jetzt ziemlich abgespaced, wurde aber schon mehrfach beobachtet oder diagnostiziert. Man hat zum Beispiel geschaut, da gab es einen interessanten Bericht, dass Leute mit neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer und so weiter, die sind verstorben und dann wurde geschaut in die Gehirne und da waren da halt immer Parasiten drin, also auch Würmer. Und in den Würmern drin waren andere kleinere Parasiten, wie zum Beispiel Borrelien. Da geht es auf jeden Fall ab, daher ist es wichtig, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Was verursacht denn diesen Parasitenbefall? Ja, also aus meiner Sicht oder auch meinen Erfahrungen und den ganzen Gesprächen und auch den Recherchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview, zu einem neuen Gespräch mit einem sehr wichtigen Thema, was oft unterschätzt wird. Mein Name ist Silke Leopold, ich bin schon länger auf YouTube unterwegs, Facebook, Telegram. Und meine Themen sind so ganzheitliche Gesundheit mit einer pflanzenbasierten Ernährung, auch die schleimfreie Hellkost in Giften, Fasten. Das sind so meine Themen. Und heute habe ich zwei interessante Gesprächspartner, einmal den Sören Schumann und einmal die Eva Lambrich. Mögt ihr beide mal kurz, was soll ich sagen, beginnend mit Sören? Ja, hallo, mein Name ist Sören Schumann. Danke für die Einladung, Silke, oder auch danke für die Einleitung. Ja, ich bin eigentlich Sportwissenschaftler, habe mich dann aber eher auf andere Wege begeben, weil ich große gesundheitliche Probleme hatte. Und da bin ich zum Beispiel auch auf Themen gekommen wie Entgiftung oder wie Fasten oder wie auch Parasiten, worüber wir heute sprechen werden. Und habe mich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt und ja, helfe jetzt auch Leuten in diesen Bereichen weiter oder gebe dazu viele Infos. Und ja, ich bin gespannt, wohin uns heute dieses Interview führen wird. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Eva Lambrich. Eine meiner Berufungen oder Steckenpferde ist die Astrologie. Das mache ich seit über 25 Jahren. Auch begleite ich Menschen mit ihren seelisch-geistigen Themen, mit der tiefen Tieftranshypnose, der Solhypnose. Und seit einiger Zeit sind die Silke und ich Teampartner. Wir unterstützen uns gegenseitig in unseren Bereichen, wo wir Experten sind oder uns gut auskennen. Ja, vielen Dank. Sören hat es schon angesprochen, heute wird es um das Thema Parasiten gehen. Und das ist ja nicht nur, das findet ja nicht nur auf körperlicher Ebene statt, dass man sagt, man hat jetzt Parasiten und es ist wichtig, das auszuleiten, sondern ja, es können auch Belastungen sein, so auf emotionaler oder seelischer Ebene. Deswegen ist heute auch die Eva dabei. Und ja, wir werden heute in dem Video einfach mal ein bisschen über die Thematik Parasiten sprechen. Ist das wirklich so eine große Belastung für uns? Was steckt wirklich dahinter? Was ist förderlich dafür, dass die meisten Menschen oder viele Menschen auch in der westlich zivilisierten Welt einen Parasitenbefall haben? Und da gebe ich jetzt gleich mal an den Sören ab. Sören, du hast ja auch einen großen Parasitenkongress ins Leben gerufen, hast auch ein E-Book geschrieben zum Thema Parasiten. Und ja, was sind Parasiten? Beschreib das einfach mal. Ja, das ist natürlich eine große Frage. Vereinfacht gesagt sind das, oder es gibt da verschiedene Sichtweisen. Also es gibt einmal die klassische schulmedizinische Sichtweise, die unterscheidet halt in Parasiten, in Bakterien, in Viren, in Pilze. Und da gibt es nochmal verschiedene Unterarten. Es gibt aber auch einige Leute, so aus dem naturerkundlichen Bereich, aus der ganzheitlichen biologischen Medizin, die quasi das Wort Parasit oder Parasiten so als Überbegriff verwenden für sämtliche Erreger, die uns in den meisten Fällen nicht gut tun und uns eher schaden, zumindest auf lange Sicht schaden. Und da quasi alle möglichen Formen zusammenfasst. Also alle Würmer, alle Pilze, auch Mikroparasiten, die quasi ja auch in die Zellen reingehen können, ins Blut, in die Organe, ins Gehirn. Oder auch, teilweise werden auch solche Sachen wie Borrelien und andere Bakterien den Parasiten oder den parasitären Lebensformen zugeordnet, weil sie ja auf Kosten ihres Wirtes leben und dem auf lange Sicht eher schaden. Auf verschiedene Art und Weise, das können wir ja auch gleich nochmal ein bisschen genauer besprechen. Und ja, man kann eigentlich schon sagen, also ich, ich sage, und damit bin ich nicht alleine, dass heutzutage jeder Parasiten hat. Und die auch häufig, wenn halt gesundheitliche Themen vorliegen, können die auch häufig eine Ursache sein dafür, dass es einem nicht so gut geht. Und ja, ich habe ja auch einen ganzen Kongress dazu veranstaltet. Und da war das auch, ja, haben es auch einige Ärzte oder Therapeuten, die damit schon jahrzehntelange Erfahrung haben. Bei denen, ja, zählt das Thema Parasiten quasi zur Standard, zur Diagnostik, dass sie halt gucken, okay, ist das ein Thema und beziehungsweise auch zur Behandlung dazu. Und ja, da hat man halt häufig die Erfahrung gemacht, wenn die Parasiten, die Parasitenlast im Körper reduziert wird, wenn man Parasitenlos wird, dass dann halt verschiedenste Symptome verschwinden oder halt deutlich weniger werden. Eigentlich von A bis Z, von Allergien bis Zysten sozusagen, von A bis Z. Also eigentlich können sie an jedem Thema fast, wie Gifte auch, können sie überall mit reinspielen. Es muss nicht immer die Hauptursache sein, aber es ist häufig, ja, ein großer Faktor. Da hast du ja schon Mikro- und Makroparasiten angesprochen. Ich glaube, vielen Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass ja selbst Läuse, Mücken, also Milben, auch, wie heißen sie gleich, Zecken, das sind die Makroparasiten, die ja auch sich in Wirts suchen für eine kurze Zeit. Und da gibt es noch die Mikroparasiten, die eben ja im Körper sein können, auch in den Zellen, in den Organen, die auch im Körper wandern können. Dass man da zweierlei unterscheidet. Jein, beziehungsweise es gibt so zwei Ebenen, es gibt Mikro und Makro. Also Mikro sind die sehr klein, die sind nur wenige Mikrometer. Und Makro sind die, die großen, wie zum Beispiel Würmer, die auch meterlang in uns drin werden können, Bandwürmer zum Beispiel. Und das, was du gesagt hast, das ist eher die Unterscheidung zwischen Endo- und Ecto-Parasiten. Also Endo ist drin und Ecto ist draußen, saugt an uns, wie zum Beispiel Zecken, Läuse und so weiter, Flöhe. Was halt spannend ist, dass die Parasiten, also dass Parasiten auch ineinander leben. Sowohl jetzt zum Beispiel in einem Ecto-Parasit, der außen an mir saugt, ein Floh oder eine Zecke, können halt Erreger drin sein, die dann quasi bei diesem Prozess übergehen in uns und in uns drin bleiben. Kennen wahrscheinlich die meisten zum Beispiel bei Borrelien, die von Zecken übertragen werden. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass in den größeren Parasiten in uns drin, wie zum Beispiel Würmer, dass da drin häufig auch kleine Parasiten wohnen. Das klingt jetzt ziemlich abgespaced, wurde aber schon mehrfach quasi beobachtet oder diagnostiziert. Man hat zum Beispiel auch geschaut, da gab es einen interessanten Bericht, dass Leute mit so neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer und so weiter, also die sind verstorben und dann wurde geschaut in die Gehirne und da waren da halt immer Parasiten drin, also auch Würmer. Und in den Würmern drin waren halt nochmal andere, kleinere Parasiten, wie zum Beispiel Borrelien. Borrelien. Also ja, da geht es auf jeden Fall ab, sage ich mal, in uns oder in vielen Menschen. Und daher ist es wichtig, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und vielleicht kann die Eva ja auch noch ein bisschen was zu sagen zu Aspekten, wo ich jetzt nicht so viel sagen kann in Bezug auf zum Beispiel diese psychologische oder seelische Themen, wo Parasiten eine Rolle spielen können. Na, ich würde sagen, dass, wie ihr das jetzt schon kategorisiert habt, in die verschiedenen Kleinstparasiten und wie die ineinander noch verschachtelt sind, so gibt es halt auch auf der feinstofflichen Ebene, was dann eben noch feiner, noch weniger Materie ist. Und auch da ist das Milieu wieder alles, wie auch wenn wir parasitär befallen sind, ist ja oft das Milieu auch in der Disbalance. Und so kann das eben auch auf geistig-seelischer Ebene sein, dass wir halt nicht bei uns sind, dass wir durch einen Schock, durch einen Unfall, durch eine Narkose im Krankenhaus, das sind auch so typische Orte, wo man sich Anhaftungen, also feinste, feinstoffliche Parasiten zuziehen kann. Man kann es jetzt auch krass eine Besetzung nennen, ja, je nachdem, auf welcher Ebene das ist. Aber an solchen Orten wie Krankenhäuser, weil die sind ja meistens auch nicht, sind ja keine Gesundheitshäuser. Da fängt es ja schon bei der Farbe an, wie die Architektur ist, wie die Menschen dort, was sie, also welche Ernährung sie bekommen. Und wenn man dann eine Narkose hat oder auch jemand, ja, durch einen Unfall oder Herzinfarkt oder so verstirbt, ich sage immer, die Krankenhäuser sind wie so Seelenautobahnen, dort wird geboren und gestorben. Und wenn sowas manchmal auch sich überschneidet und jemand geht aus seinem Körper und er hat einen Schock, meinetwegen, dann kann es sein, dass sich in dem Moment der Verwirrtheit des Geistes, der Seele vielleicht entschieden wird, erst mal sich da wieder einen Wirt zu suchen, einen Körper, um entweder kurzfristig oder auch längerfristig zu partizipieren. Also sozusagen eine Symbiose oder auch wieder ein, ja, dieses wie bei einem Parasiten und Wirt. Also das kann geschehen und ich habe in meiner Arbeit oft festgestellt, dass die Leute das auch bemerken, auch wenn es unbewusst oder unterbewusst ist. Aber sie sagen dann Dinge wie, ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein oder ich bin gar nicht mehr ich selbst oder es fühlt sich dunkel an oder ich fühle mich bedrängt dann oder ich habe Unruhe in mir. Und das kann eben kurzfristig sein, aber auch mal über Dekaden oder sogar, also auch wenn du dich vorhin getraut hast zu sagen, das klingt jetzt ein bisschen abgespaced oder spacig, aber ich durch meine Hypnose-Therapie und auch das Befragen von wo kommt denn das jetzt her, das Gefühl, mir die Menschen einfach berichten, ja, dass das sogar gar nicht aus diesem Leben stammt, sondern dass diese Anhaftung, diese Seele, die Energie, die Kraft schon also über Inkarnationen mitgetragen wird. Und bei diesen Parasiten-Ausleitungen ist es eben möglich, je nachdem unter welchem Zeichen, also jeder Vollmond, man geht ja das Jahr über durch alle Sternzeichen einmal durch, gibt es immer wieder durch das eigene Horoskop oder eben auch kollektiv Möglichkeiten, sich mit der bewussten Absicht auch von solchen feinstofflichen Parasiten, mitreisenden Trittbrettfahrern oder wie man sie auch immer nennen mag, zu befreien. Oder man holt sich Hilfe, aber es ist möglich, so wie wir uns von diesen stofflichen Parasiten befreien dürfen, so haben wir auch die Möglichkeit, wenn uns das bewusst wird, mit der Absicht auch da mal einen Stopp zu sagen oder sich abzugrenzen. Und da bin ich auch oft zur Stelle und helfe den Menschen da in dem Bereich, sie zu unterstützen. Kann man sich das auch so vorstellen oder ist noch ein Aspekt dabei, dass, wenn ich gar nicht so quasi her in meinem eigenen Körper bin oder mir gar nicht bewusst bin, was bin ich eigentlich oder was, wenn ich meine Hülle nicht ausfülle sozusagen, dass dann da wie so Löcher sind, wo dann halt auch solche Themen, die du angesprochen hast, halt leichter eindringen können. Oder wenn ich nicht so die Grenzen habe, zum Beispiel nach außen. Zum Beispiel oder bei einer Phase des Lebensüberdrusses, also auch Depressionen, habe ich das Gefühl und die Menschen sagen auch da, ich glaube, ich bin nicht wirklich ganz in meinem Körper angekommen. Auch das Leben annehmen und das Leben heißt auch, den Körper für diese Inkarnation anzunehmen. Wir sind geistige Wesen, aber wenn wir hier eine Erfahrung machen, dürfen wir ihn auch für die gewisse Zeit vollkommen bewohnen. Dass wir kräftig, stark bewusst sind und in verschiedenen Phasen kann das eben auch mal sein, dass es uns mehr wegzieht wieder in das Geistige. Dass wir da das Gefühl haben, das ist angenehmer, aber wirklich stark sind wir halt, wenn wir vollkommen den Körper auch bewohnen. Und dann ist es auch schwieriger für andere, kurz- oder längerfristig sich einzunisten oder mitzureisen, mitzukommen. Also das mag jetzt für manche vielleicht wirklich sehr ungewöhnlich klingen. Also viele, die sich vielleicht so ein bisschen mit Parasiten, haben schon mal von Parasiten gehört, aber das, was du jetzt sagst, dass praktisch auch eine Seele einen besetzen kann, das mag für viele vielleicht auch erst mal sehr ungewöhnlich klingen. Aber Eva, ich habe mich jetzt sofort an, kannst du dich vor ein paar Jahren erinnern? Also ich hätte das auch nie für möglich gehalten. Ich habe ja dann auch mal so als Medium fungiert und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und du sagst, Eva, das können die meisten. Und ich habe wirklich eine sehr, sehr intensive, außergewöhnliche Erfahrung machen dürfen, indem ich mit so einem Wesen in einem Familienmitglied Kontakt aufgenommen habe. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil sich auch meine Stimme geändert hat. Ich habe mit einer Stimme wie einem Mädchen gesprochen und da kann man auf einmal sagen, also das ist wirklich sehr außergewöhnlich gewesen. Also das ist wirklich möglich. Und ich bin da ja auch so, ich gucke mir die Sachen eher auch so mit Verstand und Logik oft an, aber es gibt wirklich auch Erfahrungen, wo ich sage, ja, was die Eva sagt, ist durchaus möglich. Das hatte ich lange Zeit, wo ich mich auch länger mit Parasiten schon beschäftige, gar nicht so auf dem Schirm. Da hatte man ja eher so das Wissen, dass man sagt, okay, Parasiten, die können auch die Emotionen beeinflussen. Die können zu Gelüsten führen, die können zu Ängsten führen, zu Depressionen. Das ist ja diese eine. Aber dass es auch noch Parasiten auf anderer Ebene gibt, so, die einen auch hemmen in sein, wirklich sein Selbst zu leben, sich wirklich selbst zu erkennen, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich denke, das ist vielen überhaupt nicht bewusst, dass es auch diese parasitäre Besetzung geben kann. So, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Eva, vielleicht machen wir dazu noch mal was separat. Da kann man das vielleicht noch mal vertiefen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen eine Einführung über die Parasiten oder was da möglich ist, was da alles so reinspielt. Muss man so die Parasiten als naturgegeben annehmen? Das ist einfach so hier auf dieser Welt, jeder hat Parasiten, auch viele Tiere. Oder was begünstigt denn, dass wir so einen Parasitenbefall haben? Dass wirklich, man sagt, es gibt ja so Zahlen, bis zu 80 Prozent der Menschen in der zivilisierten Welt haben Parasiten. Selbst Wildtiere haben Parasiten, Haustiere haben Parasiten. Müssen wir uns jetzt damit zufrieden? Ist das einfach so? Müssen wir uns damit einfach in Frieden herstellen? Das ist einfach so oder Sören, was verursacht denn diesen Parasitenbefall? Ja, also aus meiner Sicht oder auch meinen Erfahrungen und den ganzen Gesprächen und auch den Recherchen, würde ich sagen, dass das Thema auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich größer geworden ist. So in vielleicht die letzten 10, 20 Jahre, weil da halt andere Faktoren auch sehr stark angestiegen sind, wie zum Beispiel die Giftbelastung, wodurch zum Beispiel das Immunsystem sehr stark geschwächt wird. die Darmengesundheit sehr stark geschwächt wird. Das sind alles Themen, wo sich dann die Parasiten besser in uns verbreiten können. Außerdem sind Parasiten auch Giftsammler sozusagen. Also häufig ist es so, dass sie höhere Konzentration von Giften in sich einlagern, was vielleicht vorübergehenderweise förderlich ist, aber auf lange Sicht auch keine gute Idee ist, weil halt die Parasiten selbst auch verschiedene Gifte abgeben, die höchst giftig sind und auch dadurch den Wirt, also uns, ja, sehr stark schwächen können. Ja, was noch ein großes Thema ist, ist halt zum Beispiel der Elektrosmog, der auch die letzten Jahrzehnte massiv angestiegen ist und der auch häufig, sag ich mal, die Parasiten triggert, sodass sie noch aktiver oder aggressiver werden und die dann noch mehr von diesen Substanzen zum Beispiel freisetzen, von diesen Giften. Ja, das schaukelt sich alles so ein bisschen hoch. Es gibt noch viele weitere Faktoren, wie zum Beispiel, also eigentlich kann man sagen, fast alle Faktoren, die dazu führen, die uns als Menschen, als Wirt schwächen, begünstigen die Parasiten, wie zum Beispiel Nährstoffmängel, ungünstige Ernährung, eine schwache Magensäure, Stress, ja, zum Beispiel eine schwache Verdauung oder auch eine Dysbiose im Darm, Giftbelastung hatte ich ja schon gesagt, also könnte man eigentlich sagen, alles, was uns schwächt, stärkt die Parasiten. Und wenn man sich mal schaut, wie hat sich die letzten Jahrzehnte die Umgebung, die Gesellschaft oder auch die Gesundheit verändert, da sieht man ja, dass da eigentlich vieles zum Negativen sich verändert hat. Und wenn man dann eins und eins zusammenzählt, dann sieht man auch, dass halt die Parasiten zugenommen haben beziehungsweise deren Einfluss. Das ist vielleicht vor 100 Jahren war es noch anders, wenn jemand voll in seiner Kraft stand, viel draußen war, gesund sich ernährt hat von natürlicher Nahrung, die in der Sonne gewachsen ist, die auf nährstoffreichen Böden gewachsen ist. Das ist vielleicht anders, als wenn wir heute, wir leben ja schon in einer sehr entfremdeten Welt, also weit weg von der Natur. Und dann sind Parasiten ein größeres Thema. Wie kommen denn die Parasiten in die Menschen? Also wie kann man sich denn mit Parasiten oder mit Parasiteneiern infizieren? Eigentlich überall. Also eigentlich über die Nahrung zum Beispiel viel, über auch Leitungswasser, aber auch Nahrungsmittel wie roher Fisch, aber auch normal Obst, Gemüse, also Salate, Kräuter und so weiter, sind auch häufig parasitär belastet. Zum Beispiel auch, weil sie mit Gülle gedüngt werden. Das ist auch teilweise sogar an der Biolandwirtschaft zugelassen. Dann natürlich auch über so, also über sämtliche, sage ich mal, öffentliche Toiletten und solche Geschichten. Da würde ich jetzt auch eher, wenn möglich, Abstand davon halten oder Vorkehrungen treffen, dass ich da nicht direkt in Kontakt komme. Ja, das Thema Ernährung ist groß. Haustiere spielen auch eine Rolle. Es gibt ganz, ganz, also es gibt viele Haustiere heutzutage, über 20 Millionen Katzen und Hunde, also quasi ein Viertel wie die Bevölkerung in Deutschland. Und man muss sagen, viele Haustiere sind halt auch einfach nicht gesund, weil sie zum Beispiel schlecht ernährt werden, weil sie nicht wirklich wenig draußen sind und so weiter. Und dann sind sie natürlich auch anfälliger. Und wenn ich dann die Tiere ablecke oder mit denen im Bett schlafe, dann kann es natürlich auch, muss nicht, aber kann auch, kann auch ein Thema sein. Und natürlich sind sie auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Meist über, ja, eigentlich diverse Körperflüssigkeiten. Ja, kann man sich da auch was abholen. Also die Möglichkeit, sich zu infizieren oder Parasiten einzufangen, ist recht groß, wenn das Immunsystem nicht stark genug ist, wenn es geschwächt ist und wenn auch die Magensäure oder das Verdauungsfeuer nicht stark genug ist. Richtig, ja. Wenn die Barrieren, wir haben ja so verschiedene Schutzbarrieren, sage ich mal, wenn die nicht so gut sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch und die sind halt bei den meisten nicht gut ausgeprägt. Das Immunsystem ist meist eher schwach, die Magensäure ist eher schwach, die meisten Leute sind gestresst und viele Leute, also ich weiß nicht, wie oft ich, bis ich mich bewusst ernährt habe, vielleicht so mit Anfang 20, wie häufig ich bis dahin Sachen gegessen habe, wie Sushi oder Hackfleisch oder irgendwelche anderen Sachen oder auch, wie gesagt, Salate, Gemüse und so weiter kann auch alles stark damit belastet sein, wenn man halt nicht so auf die Qualität achtet. Und ja, auch noch ein Überträger, den ich vorhin schon angedeutet habe, sind halt so Insekten, die an uns saugen, wie zum Beispiel Zecken, aber auch Mücken, auch Bremsen, die können auch alle Dinge übertragen. Und im Endeffekt, ja, kommt es dann darauf an, wie stark ist der Wirt, wie in welchem Zustand, vielleicht auch unter den Aspekten, wie die Eva gesagt hat. Und ja, dann kann es halt entscheiden, ob man Symptome davon bekommt oder nicht oder manchmal halt auch erst vielleicht nach Jahren. Also ich habe ja schon viele Leute interviewt diesbezüglich und auch einen Arzt, der sich seit 50 Jahren mit dem Thema Parasiten beschäftigt und der geht so, der macht stundenlang Anamnese und wenn dann irgendwann rauskommt, nach zwei Stunden, dass die Frau vor 20 Jahren mal im Urlaub eine Katze gestreichelt hat und die dann gekratzt wurde von der Katze, dann sagt der teilweise, okay, gut, das ist jetzt der Punkt, da setzen wir an, da forschen wir weiter nach, weil manchmal kann das anscheinend sogar Jahrzehnte dauern, bis dann Erreger richtig aktiv werden und die dann Probleme verursachen. Ich habe auch gelesen, dass ein, ich glaube in dem E-Book habe ich gelesen, dass so ein Bandwurm, Rinder, ich bin mir nicht so sicher, es gibt Bandwürmer, die können bis zu, oder Parasiten, die können bis zu 40 Jahre im Körper überleben, im menschlichen Körper oder vielleicht auch inaktiv sein und durch irgendwie verschiedene Faktoren, die sich dann akkumulieren, dann auf einmal wirklich auch körperliche Beschwerden machen. Ja, wenn halt mehres zusammenkommt, vielleicht viel Stress, ungesunde Ernährung, Giftbelastung, vielleicht noch irgendeine pharmazeutische Injektion bekommen und wenn dann halt das Fass überläuft, dann kann es halt Symptome verursachen oder auch die Parasiten halt mehr, mehr Macht ausüben. Ich habe auch bei dir gelesen, es gab auch eine Untersuchung, da hat man Fische untersucht, die hatten Parasiten und die Parasiten hatten einen vielfach höheren Schwermetallgehalt, ich weiß gar nicht, Blei oder Cadmium als der Fisch selber. Also da geht man davon aus, dass wir sogar eine Art Symbiose mit Parasiten eingehen, dass sie uns auch ein bisschen ein Stück weit schützen vor den Schwermetallen und es gibt manche, die sagen, nee, also Parasiten gehen niemals in Symbiose mit Menschen ein, die sind immer schädlich. Wie stehst du dazu? Ja, das ist auch schon teilweise eine philosophische Frage, also ich würde es so betrachten, dass es vielleicht übergangsweise sogar besser ist wenn jetzt der Parasit die Gifte in sich drin hat, aber es sollte auch keine Dauerlösung sein, weil der ja auch die ganze Zeit Gifte produziert und Neurotoxine ausschreitet und uns ja, auch manipulieren kann, unsere Gelüste, unseren Hormonaushalt in die Biochemie im Gehirn eingreifen kann und daher sollte man auf lange Sicht natürlich beides möglichst gut reduzieren, sowohl die Gifte als auch die Parasiten und vielleicht erst mal sogar erst starten, generell etwas zu entgiften, dass man schon mal auch wieder, dass das Immunsystem wieder ein bisschen aufatmen kann, sozusagen ein bisschen aktiver werden kann, dass es nicht mehr so blockiert wird, dass man auch wieder mehr Energie hat, wenn man die Gifte rausholt, dass die Mitochondrien wieder mehr Energie produzieren können und dadurch schon mal einige Selbstheilungsprozesse in Gang gesetzt werden können und wenn man sich dann im zweiten Schritt um die Parasiten kümmert und die noch reduziert, dann wird man auch noch mal davon profitieren. Gibt es so, also ich habe so das Gefühl, Parasiten können an allen möglichen Diagnosen und Symptomen beteiligt sind. Macht es jetzt Sinn, so typische Parasitensymptome aufzuziehen? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, also wenn du das hast, dann sind immer Parasiten beteiligt? Das ist immer darauf zurückzuführen? Also immer würde ich, es ist halt schwierig, was halt relativ häufig ist, sind so Themen wie Verdauungsprobleme, selbst wenn man, sagen wir mal, schon, wenn man sich, wenn man schon mal so eine Darmsanierung gemacht hat, wenn man sich gesund ernährt, vielleicht auch schon ein bisschen entgiftet hat, aber wenn man einzelne Lebensmittel, die vielleicht eigentlich sogar verträglich sein sollten, nicht verträgt, oder auch Heißhungerattacken, wenn ich so diese Gelüste habe und eigentlich weiß, ich sollte das nicht essen, aber trotzdem so starken, ja, so einen starken Drang danach habe. Dann so die ganze, die ganze psychische, das ganze psychische Thema, diese, die, ja, Symptome in dem Bereich, vielleicht kann die Eva gleich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, also von, wie du schon gesagt hast, Depressionen, Angst, Ängstzustände, Panikattacken, auch vielleicht sogar Brainfog und Suizidgedanken, auch diese Schizophrenie, da gibt es interessante Beobachtungen. Was auch relativ häufig ein Thema ist, sind so Frauenthemen, wie Regelschmerzen, PMS, Endometriose und ganz generell halt so chronische Müdigkeit, Energiemangel, so. Also es gibt jetzt aber nicht so, dass man immer sagen kann, hey, genau, hundertprozentige Trefferquote bei dem Symptom ist das oder bei dem Parasit, der macht das Symptom. Da kann ich jetzt nicht so, da fehlt dazu sagen, es ist eher so die generelle Beobachtung sozusagen, die aber relativ häufig zutreffen. Ja, Eva, vielleicht kannst du noch, was, also auf diesen Ebenen, wo du arbeitest, was stellst du dafür Symptome fest oder wie verändern die sich dann, wenn da die Themen aufgelöst werden? Also zunächst mal möchte ich auf jeden Fall sagen, dass es nichts Schlechtes gibt, was zu Gutem führen könnte und nichts Gutes, was auch mal zu Schlechtem führen kann. Darum würde ich nie sagen, dass es nur belastend ist. Natürlich muss es in eine Balance kommen, dass es nicht so einen Überhang nimmt, aber so zeitweise merke ich halt auch, dass es sein kann, also für mich ist es auch so ein ahnisches Thema, was sich also, es gibt auch so Themen wie Geldmangel oder Missbrauch oder eine bestimmte Krankheit, die sich immer wieder wiederholt, so. Und dann bei einem Familienmitglied, beim Enkel oder bei Urenkel oder der sagt dann oder sie sagt dann, also bei mir endet es jetzt. Ich will da jetzt aufräumen, ich will da jetzt hinschauen und dann wäre es ja gut, wenn das jetzt so eine ahnische Wiederholung oder so eine Nachahmung ist, dass es dann doch mal irgendwann so intens, so stark wird, dieser Zustand der Depression, des Burnouts, des Energieverlustes, dass man dann eben forscht und dann sozusagen energetisch die ganze Ahnenreihe davon profitiert. Ich bin ja sogar der Meinung mittlerweile durch meine, ja, durch meine Recherche und das Beobachten, dass es oft gar keine fremden Besetzungen sind, sondern dass es etwas ist, das wir irgendwann mal auch abgespalten haben, Anteile wie, ja, irgend, sei es, was es auch immer sein mag und uns dann eben in einer Form wieder begegnet und wir es eben dann abermals beschauen können aus einer gesunderen oder aus einer heileren Perspektive und ich denke auch, dass es immer wichtig ist, dass man das Körperliche und das Geistige zu reinigen, zu sortieren hat, dass die Hygiene parallel oder nacheinander oder wie auch immer, aber man kann nicht das eine und das andere vollkommen ausschließen. Das ist irgendwann mal so entstanden, dass es einen Doktor gibt für den Körper und einen Doktor für die Seele und den Geist, aber eigentlich ist das absurd. Also eigentlich gehört das alles zusammen und wenn man wirklich seelische und körperliche Thematiken, Probleme hat, bin ich der Meinung, sollte man immer beide Wege gehen. Also eben gucken, ist da ein starker parasitärer Befall auch auf Körperebene möglicherweise vorhanden oder sind schlummernde Bakterien, Pilze oder sonst etwas und wenn man da schon mal so eine, das Milieu in Balance gebracht hat, dann kann man immer noch gucken, was bleibt jetzt übrig, weil vieles ist ja dann vielleicht sogar schon gemildert, abgeschwächt, weil wir ja wissen, dass viele dieser Themen sich auch an Schwermetalle haften können, traumatische Erlebnisse und was dann noch übrig ist, wo dann immer noch Erscheinungen sind, die weiter belastend sind oder negativ beeinflussend, da halte ich es für wirklich wichtig, dann mal zu schauen, wo kommt es her, ist es überhaupt meins oder habe ich was übernommen? Genau, und dann muss man einfach mit jemandem, der da vielleicht ein bisschen Ahnung hat, zu sortieren, aber es geht immer um das Bewusstwerden und dann in die Absicht zu gehen, ich möchte mich befreien, ich möchte es loslassen und ich darf auch, ich darf mir das auch erlauben, jetzt neue Wege zu gehen und das loszulassen. Fand das gut was? Es geht immer, Entschuldigung, ganz kurz noch, es geht immer darum, einfach auch die Dinge mal sich bewusst zu machen. Das ist meistens der größte Zauber, da wird schon so viel entmystifiziert, so viel abgemildert, wenn man es einfach mal anschaut, wenn man sagt, ah, okay, so bist du, das bist du, so fühlst es sich an und nicht alles unter den Teppich kehrt. Ich fand das sehr wertvoll, was du gesagt hast, dass man quasi eigentlich beide Ebenen oder vielleicht so alle drei Ebenen miteinander anschauen sollte oder kombinieren sollte und nicht nur isoliert eine betrachten soll und da habt ihr ja auch oder wir ja auch Erfahrungen gemacht mit dieser, sage ich mal, mit speziellen Mitteln und auch mit einer speziellen Kur, wo ja Leute darauf vorbereitet werden und dann speziell bei der Kur betreut werden um den Vollmond herum und dann auch, ja, die dann, ja, Parasiten ausscheiden und vielleicht auch andere Themen, die du angesprochen hast, loswerden. Vielleicht könnt ihr beide noch ein bisschen mehr dazu sagen, also kurz und knapp, was, ja, was hat es mit dieser Kur auf sich, wie seid ihr darauf gekommen und, ja, das wäre, glaube ich, ganz spannend. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz auf Dr. Dietrich Klinger zurückkommen, der hat mal gesagt, dass Parasiten finden sich immer da, wo auch eine Schwermetallbelastung stattfindet in den Menschen oder Menschen, die Schwermetallbelastung auch in Haustieren oder selbst in Wildtieren, selbst Wildtiere, die Schwermetallbelastet sind, haben Parasiten. Also das findet man oft immer in dieser Kombination und, ja, für uns ist es erst mal wichtig, die Schwermetallbelastung erst mal aus dem Körper auszuleiten und, ja, wir alle drei beschäftigen uns ja schon länger mit dem Thema Entgiftung, ja, und dann probiert man ein Verschiedenes aus. Es gibt verschiedene effektive Werkzeuge und die Eva hat mich dann mal vor, oh Gott, das ist jetzt schon über ein anderthalb Jahr, also fast zwei Jahre her, hat mir dann ein sehr effektives Werkzeug vorgestellt und da mich Entgiftung immer interessiert hat und ich eben auch um die Belastungen weiß von Schwermetallen, Schadstoffen, Giftstoffen, weil wir einfach nicht mehr in so einer menschenfreundlichen Umwelt leben, da habe ich gesagt, das probiere ich und dann ist halt, ja, was ganz Großes draus geworden, dass wir viele Menschen bekleiden und dann irgendwann ploppte mal ein Parasitenprotokoll auf und da mich das Thema ja schon länger interessiert hat und ich vor Jahren auch schon Parasitenkuren gemacht habe, also sehr einfache mit den gängigen Mitteln, dass man sagt, Bitterstoffe, Kokosöl, Fruchtzucker oder Zucker reduzieren, hatte ich ja schon ein bisschen Einblicke und das hat mich dann sehr interessiert, das Parasitenprotokoll, das ist eine Kur, die wird immer um Vormund herum durchgeführt, immer drei Tage mit drei speziellen Produkten, die eigentlich auch für eine ganzheitliche Entgiftung, für eine sehr effektive Entgiftung ausgelegt sind und Eva hat ja schon gesagt, wir sind nicht nur Körper, wir sind Körper, Geist und Seele und diese Produkte wirken in diesen drei Bereichen, das ist so das Wertvolle und Eva hat ja auch gesagt, Schwermetalle können traumatische, ja traumatische Erfahrungen, emotionale Belastungen binden und wenn wir dann wirklich ganzheitlich entgiften, da kann auf allen drei Ebenen wirklich ja eine gewisse Heilung stattfinden, das machen ja nicht diese Werkzeuge, sondern unser Körper selbst und die Eva und ich bekleiden seit Juli letzten Jahres, also über einem Jahr, die Menschen dabei, gibt es eine Gruppe dazu, dann gibt es immer so eine gewisse Anleitung, auf was muss man noch achten, also diese drei Produkte für die ganzheitliche Entgiftung sind so das wichtigste Werkzeug, aber wir nutzen noch ein paar andere Sachen dabei ja und dann bieten wir auch dann immer einmal im Monat so ein, immer um Vormund herum so ein Zoom-Call an, wo wir mit den aktiven Teilnehmern dann in Austausch gehen, was da möglich ist und dass sie auch nochmal Ratschläge, Tipps von uns bekommen ja und das ist wirklich sehr interessant, sehr effektiv und es werden dann auch Fotos zugeschickt von Ausscheidungen und das bespreche ich ja auch oft mit dir Sören, du leidest es teilweise auch weiter, um irgendwie, um wirklich zu sagen, okay, das ist das, also das ist wirklich ein Parasitenbefall und ja, also wir sind da auch sehr dankbar, das begleiten zu dürfen und das besonders Wertvolle dabei ist, vielleicht mag Eva dann auch kurz dazu was sagen, Eva ist bei fast ein Kurz dabei und da geht es immer noch mal um die Qualität des Vollmondes, was wird da nochmal besonders angesprochen, welche Themen können hochkommen, welches Körperteil kann da besonders gut unterstützt werden und das ist immer eine sehr, sehr, ja gute Zusammenarbeit, das auf mehreren Ebenen zu sehen, nicht nur körperlich, was passiert da, jetzt kommen da Parasiten raus und jetzt habe ich ein bisschen Bauchkrummeln und jetzt muss ich einen Einlauf machen, sondern was kann da noch dahinter stecken und kann die Eva auch gerne mal noch was dazu sagen. Ja, die Idee entstand halt dadurch, dass ich halt astrologische Kenntnisse habe und das auch so etwas ist, was ich wirklich faszinierend finde und das schon seit meiner Jugend mich begleitet, habe ich gesagt, du Silke, es ist ja nicht nur ein Vollmond, der Vollmond ist ja immer unter einem bestimmten Sternzeichen und was meinst, soll ich da ein bisschen was über die Qualität und auch über die Körperregion, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, der Steinbock hat halt den Bewegungsapparat, die Knochen, die Gelenke, die Haut, also alles, was uns sozusagen einen Rahmen gibt, also ja genau, eine Begrenzung, einen Rahmen, die Zähne, genau, also ich denke, es geht da auch um das Kalzium, alles, wo sich Kalzium drin befindet, auch das seelische und es ist ganz interessant immer, dass ja auch viele dann berichten, ja genau, das ist jetzt mein Thema, ich, bei mir klopft jetzt seit zwei Tagen irgendwie der Backenzahn oder ja, Haut ist auch noch ein Thema der Begrenzung, was Steinbock jetzt wäre, vermehrt scheide ich auch über die Haut aus oder ich merke so ein bisschen Gelenk oder Knochenschmerzen und so kriegen wir da auch immer so eine größere Bestätigung, dass das wirklich dann so im Feld ist, diese Energie der verschiedenen Körperregionen, ne? und natürlich ja, was würdest du noch zu Ende sagen? Ich habe dich jetzt unterbrochen. Wäre natürlich ganz interessant, wenn jemand extrem an Symptomen in dieser Zeit leidet, dass man dann mal guckt, wenn das jemand wünscht, in das Horoskop zu schauen, was das jetzt, ja, ob das noch einen tieferen Ursprung hat, aber auf jeden Fall ist das Teil unserer Begleitung, unseres Calls, da gebe ich immer so ein kleines Intro zur jeweiligen Vollmond-Qualität dann auch. Sehr spannend. Noch eine Frage von mir, an euch, weil ihr ja auch noch mehr mit den Leuten in Kontakt seid in der Gruppe und auch in den Calls, ich war zwar auch schon ein, zwei, drei Mal dabei, aber ihr seid da mehr involviert, wie würdet ihr in wenigen Sätzen die Wirkungen der Kur beziehungsweise das, was die Leute erleben, die Erfahrungen, die sie machen, zusammenfassen, wenn es jetzt runterbrechen müsstet? Also sie kann für viele wirklich sehr effektiv sein, dass sie sagen, das hat mir so gut getan, ich habe auf einmal mehr Energie und mehr Wachsamkeit, mehr Fokus, aber das liegt aber auch an diesen Produkten, die wir nutzen, die haben ja an sich auch nochmal, sind ja sehr effektiv und die Menschen, die diese Parasitenkur machen, die entgiften ja auch ganzheitlich, wir raten ja wirklich auch, macht das erst mal ein, zwei Monate in eurer Normaldosis, entgiftet erst mal und dann kommt die mit zu uns in die Parasitenkur und die macht ihr mal mehrere Monate mit und die meisten, die gehen da wirklich sehr gestärkt durch und scheiden auch aus, aber man muss auch dazu sagen, Sören, das kam auch bei deinem Parasitenkongress wirklich auch, ich glaube über den Dr. Dietrich Linghardt, viele Parasiten sieht man nicht, die sind so klein, man sieht diese Makroparasiten so wie Bandwürmer oder diese Spülwürmer, die sieht man, aber viele Parasiten sind erstens so klein und andere, sobald die mit Sauerstoff in Berührung kommen, lösen die sich auf, also da bringt es auch nicht, seinen Stuhl dann mal ins Labor zu bringen, die werden da nichts finden, aber das sagen wir auch immer wieder, wir sagen auch immer wieder, das kann sein, dass ihr gar nichts findet, aber trotzdem scheidet ihr aus, wenn ihr Parasiten habt und die meisten Menschen sind sehr begeistert, die machen das mehrfach mit und geben da auch immer ganz gutes Feedback und ganz guten Erfahrungsbericht, dass sich einiges verbessert hat, aber sie gehen ja den Weg der Entgiftung dann trotzdem weiter. Das spielt ja auch noch mit rein, sind nicht nur die Parasiten, sondern dass auch die Schadstoffe und Schwermetalle ja trotzdem davor und danach auch weiter entfernt werden. Noch ganz kurz von mir ein Hinweis, du hast gesagt, die machen das mehrere Monate, damit ist gemeint, mehrere Monate hintereinander, zur Zeit des Vollmondes nicht, mehrere Monate durchgängig, weil es gibt ja auch Dosen, die man Monate lang macht teilweise. Also genau, das sind Menschen, die gehen diesen Weg der ganzheitlichen Entgiftung über Monate oder Jahre sogar teilweise jetzt schon und die fangen dann irgendwann mit der Parasitenkur immer um Vollmond herum an. Das heißt einfach, dass man die Dosis der drei Produkte, die wir verwenden, erhöht oder verdoppelt. Das ist nur für immer drei Tage. Das werden wir dann noch mal separat besprechen, wie das jetzt genau abläuft. Und dann, viele machen das ein paar Monate hintereinander oder manche setzen auch mal zwei Monate aus, so wie sie es in den Alltag integrieren können und das kann schon sehr, sehr effektiv sein. Eva, wie würdest du so die Erfahrungen zusammenfassen der Leute, die da dabei sind? Also mich erstaunt immer wieder, wie effektiv das ist, weil ich kenne ja auch andere Methoden, die auch jetzt herausfordernder sind, also nicht so leicht im Alltag zu integrieren. Das finde ich total toll, dass mit diesen Produkten es möglich ist, tatsächlich sichtbar auch etwas auszuscheiden und es auch zu spüren, auch wenn man mal nichts sieht, also man spürt einfach den Effekt und was ich auch immer wieder toll finde, dass es Mamas gibt, die noch stillen und tatsächlich während dieser Zeit dann bei ihren Babys in den Windeln auch Ausscheidungen vorfinden. Also sozusagen über die Bande ist es so effektiv, dass sogar über die Muttermilch es möglich ist, dass ein Kind ganz leicht noch, also wie effektiv, das wollte ich damit sagen, das ist, dass sogar das Kind davon profitieren kann. Und wir haben auch schon gemerkt, dass sogar die Haustiere, also wenn die Menschen ihren Haustieren in der Vollmondzeit auch von den Produkten was mit ins Futter geben, dass auch die ausscheiden. Also ich will jetzt nicht dieses eine Beispiel nennen, aber das war doch sehr effektiv über den Mund ausgeschieden oder über das Maul und aber wirklich auch dieser Zeitraum eben. Dieser Peak ist, weil Vollmond hat eben diesen energetischen Peak, da kommt was zu einem Höhepunkt, zu einem Abschluss, da sind die Energien sehr komprimiert oder sehr stark und das ist ja auch ein Grund, warum wir eben bei Vollmond gut Parasiten ausscheiden können. Natürlich hat es auch das mit dem paarungsfreudigen Zeitpunkt zu tun, aber also ich bin einfach erstaunt über die Ergebnisse und wie leicht die Menschen da durchgehen. Im Vergleich zu anderen Methoden, die ich aus der Vergangenheit kenne und wir alle haben uns schon, beschäftigen uns schon lange damit und haben einiges ausprobiert und vieles war auch nicht ganz easy, muss ich sagen. Ja, also das ist auch ein großer Vorteil, dass das relativ einfach in den Alltag zu integrieren ist. Genau. Und was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, dass quasi die Betreuung dazu in den Gruppen, in der Telegram Gruppe und auch in den Zoom Calls, ist ja kostenlos, also da kann wirklich jeder, der Fragen hat oder Bedenken oder irgendwelche Themen, kann das ansprechen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Leute da so intensiv betreut werden. Und genau, für jeden, für den es interessant ist, die Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder vielleicht auch im angepinnten Kommentar, da findet ihr die Infos oder zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr hinschreiben könnt und dann alle wichtigen Infos zu der Kur anfordern könnt. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Appetizer für die Leute, für die Leute, für die, die sich eher vor sowas ekeln, die sollten jetzt lieber Pause drücken oder das Video beenden. Und für die Leute, für die es interessiert, da würde ich jetzt noch so ein paar Ausscheidungen zeigen, was bei den Leuten rauskommt. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Einen Moment, ich teile mal meinen Bildschirm. Und ich denke, das ist dann ein guter Abschluss. Also genau, ich gehe mal hier so ein bisschen durch. Also hier sieht man zum Beispiel, das sind Würmer. Gut, also man sieht jetzt nicht genau die Größe, aber ich würde das jetzt schätzen, dass der Abstand von oben nach unten sind jetzt schon so bestimmt 10, 15, 20 Zentimeter, also schon eine ordentliche Größe. Hier sieht man es noch ein bisschen genauer, ist auch ein Wurm. Und hier unten ist halt das Loch von der Toilette, kann man sich schon vorstellen, wie lang das ist. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal schätzen so 30 Zentimeter vielleicht. Diese Ausscheidungen kommen mir auch sehr bekannt vor von, also wo ich fuhr, zum Beispiel vielleicht, Silke, kannst du auch was dazu sagen? Also ich habe mal nach langem Fasten und dann noch mit antiparasitären Mitteln auch solche Würmer ausgeschieden. Dann hast du wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Aber hier mit diesen effektiven Mitteln, ja, ist es halt auch schon in relativ kurzer Zeit möglich, natürlich mit einer gewissen Vorbereitung in den Alltag integriert. Aber das finde ich immer wieder spannend. Also es hat mich auch am Anfang sehr, also hätte ich niemals gedacht, dass das so was möglich ist, dass Leute halt mit dieser relativ einfachen Kur in so einer kurzen Zeit solche Parasiten ausscheiden. Und wie gesagt, das ist immer nur das, was man sieht. Und da drin können noch Parasiten sein und ganz viele Gifte. Und auch man kann sehr viele Parasiten ausscheiden, ohne dass man es mitbekommt, weil die halt so klein sind, dass sie für das menschliche Auge nicht erkennbar sind. Und auch hier, hier habe ich jetzt extra zum Beispiel auch eine Ärztin gefragt, was das für Würmer sind. Und sie hat sie gesagt, entweder Spulwürmer oder Bandwürmer, das ist nicht ganz eindeutig. Aber es sind auf jeden Fall Würmer, es sind auf jeden Fall Parasiten. Wie gesagt, wir beschäftigen uns ja auch schon seit vielen Jahren damit und da kann man auch mit der Zeit ganz gut unterscheiden, ob das jetzt Parasiten sind oder irgendwelche unverdauten Nahrungsbestandteile. Und das sind auf jeden Fall keine Ballaststoffe oder irgendwelche Lebensmittel, die ausgeschieden werden, sondern ja, das sieht ganz klar oder das sind auf jeden Fall parasitäre Lebensformen. Das nur so zum Abschluss und genau, wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch einfach dort, wo wir, bei dem, was wir quasi in der Videobeschreibung verlinken. Wollt ihr beiden noch irgendwas sagen zum Ende dieses Gesprächs? Ja, die Interessierten und die können auch unter dem Video kommentieren, Erfahrungen, was sie zu dieser ganzen Thematik halten und die ganz Interessierten können sich natürlich bei uns melden und die am, wirklich am ganz Interessiertesten, die können dann mit uns den Weg gehen, bei ganzheitlichen Entgiftungen. Ganz interessiert testen. Ganz interessiert testen, genau. Ist auf alle Fälle eine gute Methode, ja, zu entgiften und sich nochmal auf eine andere Art und Weise zu reinigen, so. Und wir sprechen jetzt wirklich, die Eva, die ist ja, Eva, du bist ja jetzt schon seit zweieinhalb Jahren dabei, zumindest bei dieser Reinigungsmethode und wie gesagt, die Parasitenkur, die im Juni ploppte dieses Parasitenprotokoll letztes Jahr auf und dann haben wir sofort Gruppe gegründet oder ab Juli dann immer ganz aktiv, also über ein Jahr schon, also da steckt auch schon eine gewisse Erfahrung dahinter, was man wirklich auch sagen kann, es ist schon sehr effektiv. Also sind die wahrscheinlich die weltweit erfahrensten bei dieser speziellen Parasitenkur. Ja, es ist auch wie eine, ja, wie eine Studie, so eine interne, ja, dass wir da so ein bisschen sammeln, Erfahrungsberichte, dass wir haben so viele Einblicke bekommen, auch jetzt durch diese Calls, die wir anbieten, wo, aber nur für die aktiven Teilnehmer, das ist jetzt nicht, ich gucke mal mit und stelle meine Fragen, sondern explizit für die, die das aktiv machen und da kriegt man auch immer mal so Einblicke, was da für Themen hochploppen, nicht nur so an emotionalen, seelischen Themen, sondern auch körperlich, was da so passiert. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, also, dass wir das da begleiten dürfen, also, es ist immer sehr faszinierend, was da möglich ist. Und so kann man das ja dann auch weitergeben, ne? Dann würde ich sagen, ja, sind wir durch mit diesem Video und es war eine runde Sache und, ich glaube, wir freuen, wir freuen uns, von euch zu hören und, ja, sehen uns wieder im nächsten Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.